So, 716 Meter, genau 9,4 Hübschule Stümming. So, 717 Meter, genau 10,4 Hübschule Stümming. Ach so, ja. Ach da. Der Kripp pflückt 6 Schienen. Also richtig tracken können wir dann auch nicht. Hast du der RTL an? Ja. Oh, fliegt dann in der Richtung. Also được. Du. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020